herzlich willkommen mein lieben von zum neuen video auf meinem kanal ist hier wie ihr für fifa 23 15 seltene gold karten aus top nation relativ einfach bekommen könnt und ich zeige euch meinen starter team für die erste weekend liegt wie ich mir mein team in fifa 23 vorstellen wenn es euch natürlich gefällt freunde sehr gerne daumen hoch geben wenn ihr neue seiten nichts mehr verpassen und lasst ihr sie gerne ein abo da und dann würde ich sagen stand rein ab geht's du bist noch auf der suche nach günstigen spielen günstigen psn karten oder sonstige sachen dann schau sehr gerne bei meinem neuen partner in ebay vorbei link ist unten in der video beschreibung alles reduziert schaut da sehr gerne vorbei danke für ihren support ja freunde man muss echt sagen die gönnt sehr guten content und wieder haben die uns bei den ziehen was sehr sehr gutes gegen was ich euch natürlich zeigen wird was wir uns relativ easy holen können ich kann euch auch schon sagen ich habe das schon abgeschlossen es war relativ easy für diese 15 seltene gold spieler habe ich ungefähr eine stunde gebraucht was auf jeden fall klar geht ihr seht hier was ihr per aufgabe machen müsst ihr müsst ihr mit fünf engländer fünf deutschen fünf argentinier fünf holländer und fünf portugiesen in der startelf müsst ihr einfach nur spielen im tor schießen und die meisten quitten auch bei 1 0 also ich hatte kaum bucher zum glück das geht wirklich klar und ihr bekommt pro pack bekommt ihr auf jeden fall ein pack mit drei seltenen gold karten von dieser nation und ja freunde hier steht das nummer ausführlich aufgelistet dass wir drei seltene englische gold spieler bekommst und von jeder anderen nation natürlich dasselbe und man kann da sagen wenn du da glück hast kannst du da echt einen guten banger ziehen muss ja nicht mal die krassesten spieler ziehen dass du jetzt bei portugal ein renato sanches oder man gelson martins hat am anfang auf jeden fall sehr hilfreich deswegen würde ich euch empfehlen das auf jeden fall mitzunehmen zur not sind das 15 karten die nsb sie tun könnt wo ihr auch wieder so gesehen coins zurückholen könnt gerade die hybrid nationen und liegen sbc am anfang da gibt es ja 50 karte da gibt es 55 karte deswegen nimmt das auf jeden fall mit macht ihr nichts verkehrt sagt das am besten auch euren freunden euren kollegen dass sie das auch mitnehmen sollen ich finde das sehr interessant und jetzt gehen wir zu meinem fifa 23 team rüber das finde ich nämlich auch sehr sehr interessant und da wollen wir natürlich auch direkt wieder durchstarten und millionen von coins machen ist ja klar wir gehen jetzt aber auch footman rüber dann zeige ich euch mein team wie ich es mir vorstellt für fifa 23 ja freunde ihr seht schon die formation nicht gewählt habe ist die 451 es kommen hier auch alle spieler bis auf ein spieler auf full cam 32 chemie von 33 sollte ausreichend sein es kann sich natürlich immer noch was ändern ob das mein finales team wird weiß man nicht vielleicht zieht man ja irgendeinen guten spieler aus einem der packs und dann ändert sich das natürlich vielleicht auch einen guten otw aber ich würde mal sagen wir starten mal rein und da fangen wir mit dem torhüter an und das ist der gute courtois das relativ groß 2 meter sollte am anfang nicht so teuer sein 40.000 30 40.000 bis zur ersten weekend link sollte man das schaffen ich gehe mal davon aus dass das team wo ich hier baue leicht über 2 millionen kostenwert ich kann es sehr schwer einschätzen man muss natürlich schauen was diese spieler kosten aber ich denke mal bis zur ersten weekend 2 millionen fürs team und 12 millionen zum trainen sollten auf jeden fall klar gehen das auf jeden fall mein ziel so planisch ungefähr und dann gehen wir natürlich rein zum rechten verteidiger entweder muss ich den rechts verteidiger oder den rm of cam spielen also auf zwei stadt drei chemie punkte und dann gehen wir natürlich zum recht verteidiger jetzt rein und er bekommt dieses fifa ein downgrade das ist der gute hakimi der kriegt nur eine 84 dieses fifa ich gehe davon aus dass er wahrscheinlich auch sehr sehr teuer sein wird am anfang ist es mit einer der besten verteidiger rechts verteidiger die es auf jeden fall im spiel gibt da macht man auf jeden fall nichts verkehrt der rechte innen verteidiger ist auch der gute mannschafts kollege von dem hakimi hier stelle ich mir entweder marquinhos oder kim pembe wahrscheinlich rein ich stelle jetzt einfach mal marquinhos rein fand ich am anfang dieses jahres sehr sehr gut stand auch ich glaube dieses jahr in fifa 22 in meinem anfangsteam war auf jeden fall sehr sehr solide die 2 innen verteidiger habt ihr schon im thumbmail gesehen vielleicht können wir den jahres otw packen wäre auf jeden fall sehr sehr cool kriegt eine 87er karte der rüdiger übertrieben gute karte würde mich sehr sehr freuen wenn wir den vielleicht irgendwie ziehen könnten wenn ich werde ich den auch kaufen ich gehe jetzt mal davon aus dass er jetzt auch nicht so teuer sein wird er wird teuer sein er wird jetzt nicht über 100k kosten kann ich mir kaum vorstellen und den linken verteidiger den spiel ich seit zwei drei jahren immer in meinem starter team von der ersten weekend die ich auch letztes jahr bei den gespielt ich denke mal der eine oder andere weiß das schon der gute föhlen die sehr sehr nice karte also ich feiere den mega auch der wird natürlich eine stange geld kosten ist auf jeden fall klar und ich denke mal ja die abwehr ist schon mal sehr sehr brutal wie ich sagen würde dann kommen wir zu meinen beiden sechsam und jetzt wird es natürlich ein bisschen kompliziert der ein oder andere kann sich dann wahrscheinlich schon erahnen welche karten reinkommen ich habe hier erst mal mein sechser das ist eine gute weil werde man könnte hier auch charme nehmen das könnte das natürlich noch ein bisschen verändern muss man sich natürlich die karten anschauen und mein achter mit hier sein dass der gute bruno fernand von menu finde ich auf jeden fall eine karte kann man auf jeden fall auf der acht gut spielen gehe ich mal von aus dass der jetzt nicht so teuer sein wird am anfang ist auf jeden fall eine sehr sehr gute karte wie ich finde also ich feiere den mega ich spiele meistens 4 2 3 1 deswegen das in meinen beiden sechser achter sage ich mal dann haben wir natürlich noch zwei flügel stürmer und wir fangen erst mal mit dem rechten an und muss sagen das jetzt eigentlich nur einfach für die chemie da die ja freunde dass der gute lucas mora der ist einfach nur für die chemie hier drin für nichts anderes der soll einfach ein bisschen rennen über die außen wird wahrscheinlich so eine karte die du wahrscheinlich zweite hälfte auswechselt und in anderen flügel stürmer bringt ganz anders hingegen bei den linken mittelfeldspieler der gute vini zu schon habe ich letztes jahr die inform karte zum beginn gehabt wo wir auch einen sehr guten gewinn gefahren haben wir für 140.000 damals gekauft und dann für 400.000 verkauft also das war ein unfassbarer gewinn ich gehe davon aus dass er nicht günstig sein wird aber wir werden den versuchen zu holen wenn er nicht machbar ist kann man natürlich hier ja theoretisch auch crashport oder so hinstellen würde ja gut zu bruno linken da würde man nichts verkehrt machen und dann kommen wir jetzt zum teuersten spieler einer meiner lieblings spieler in den letzten jahre ich denke der ein oder andere weiß es schon wenn man hier auf die 10er positionen guckt freunde dass der gute neymau auf den habe ich mega bock den als 10er zu spielen das wäre wirklich der wahnsinn hätte ich richtig bock den zu zocken erster weekend liegt man muss natürlich schon was der kostet wenn er zu teuer ist werde ich mir den nicht kaufen können ich glaube aber das ist die einzige karte wo ich denke wo so problematisch werden könnte den rest des teams sollte ich bis zur ersten weekend liegt auf jeden fall hinbekommen sollte kein problem sein und dann fehlt natürlich noch um sein stürmer und wir sehen der bruno hat aktuell nur links also nur chemie punkte und ich versuche ronaldo zu holen so für die erste weekend ich gehe davon aus dass er dieses jahr 3 400k kosten wird wenn überhaupt dass er nicht teuer sein wird ihr könnt ihr gerne mal eure preis prediction für dieses team in die kommentare schreiben oder auch für ronaldo neymar ich gehe mal davon aus dass das schon richtung 2 millionen ungefähr kosten wird gerade neymar wird schon millionen kratzen denke ich mal ronaldo 300k vinizius 150 auch ein rüdiger mit der abwehr bist du auch noch mal bei 2300 also da kommt schon einiges zusammen ich denke mal 2 millionen aber so stelle ich mir mein team zu ersten weekend vor wer auf jeden fall perfekt für mein spielstil das so zu spielen sieht auf jeden fall sehr sehr nice aus man muss natürlich testen vielleicht ist ein ronaldo viel zu langsam wenn sehr paced lastig ist das fifa kann man natürlich auch sagen okay ich hole kein bruno ich hole kein ronaldo ich hole einfach der bräune und harland als beispiel oder man könnte auch einfach sagen okay wir machen mura auch noch raus man holt dann einen sané zum beispiel unter koretz gar und mann statt die drei premier league spieler aber ronaldo hatte ich noch nie in der ersten weekend liegt bis jetzt bei den letzten jahren immer anderthalb millionen oder so gekostet hat ronaldo hatte ich immer frühestens zur dritten vierten weekend liegt die letzten jahre immer deswegen wäre auf jeden fall nice den jahr dieses jahr in der ersten weekend liegt direkt zu spielen würde mich freuen auch wenn er nicht mehr der schnellste ist der soll vorne drin die dinger machen und der hat immer noch ich glaube 92 schuss also der wird die dinger immer noch gut finischen gerade am anfang bin ich mir relativ sicher dass das immer noch eine solide karte sein wird ihr könnt auch keine verbesserung für das team reinschreiben in die kommentare freunde würde mich sehr freuen wenn euch das video natürlich gefallen hat gibt mir sehr gerne einen daumen nach oben lasst ein abo da auf den kanal um keine weiteren fifa 23 videos mehr zu verpassen ich wünsche euch einen schönen tag haut rein ein